Für alle, deren Existenz von der Schließung der Glashütte betroffen ist, der am Abend ist. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihren bestehenden Kredit kündigen müssen. Dann schaut's wohl nicht gerade gut aus. Die Schissen wir angehen. Wir fahren nach Zwiesel und danach zum Aldi. Sollen wir euch was mitbringen? Nein, danke. Hallo? Was soll ich in der Hand nehmen? Mein geilen Schwanz. Geh, lass mich in Ruhe mit deinem Pimmel. Ich habe eine Patientin, die verdient locker Zehntausende Monate mit der Telefoniererei. Ist aber auch dementsprechend verspannt. Telefonsex. Du machst eine Riesenkohle, so schnell kannst du gar nicht schauen. Von dem Dorf bis unten dort, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ah, gut. Es ist Maria, Andreas. Lumpi, über sowas ist der Heilige Vater sehr traurig. Was darf es denn bitte sein? Logisch bin ich geil auf dich. Und wie, wie Nachbars Lumpi? Was? Was? Wer die Gebote bricht. Ja. Was glaubst du, wer du bist? Arschloch. Der Hütte sich. Jetzt fassen wir ins Höschen. Denn Gott sieht alles. Die Kriege. Das warst du immer ja aber ganz gründlich, gell? Ja. Und die Besseren. Ja. 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 Noch ist feierabend!